Hallo zusammen, wir sind jetzt bei der Station Berlin, hier auch bekannt als China Halle. Wir suchen jetzt die fünf kuriosesten Produkte. Steffi, auf unserer Liste sind sechs. Dann sind wir halt immer eines besser. Das ist der Robotron Cordless Full Body Massage. Das graue Ding, das ich hier an habe, hat insgesamt sechs Bälle, die die Finger von einer Hand simulieren und sich deinem Rücken anpassen und dich massieren. Und Leute, ich bin jetzt, wie viele Tage hier? Sechs Tage an der IVA. Und ich habe so einen steifen Nacken, ich habe Schmerzen, ich habe Kopfweh und das Teil, glaubt mir, das ist das, was ihr braucht, wenn ihr einsam seid und niemanden habt, der euch massiert. Und selbst dann, selbst wenn ihr jemanden habt, holt es euch trotzdem, weil es ist absolut grossartig. Es ist so gut. Ich möchte langsam weiter. Hä? So geht es nicht. Nein. Nein, sorry. Es geht nicht. Was ist gerade da? Dominik, es... Ich glaube, dein Robotron da, oder? Es geht im Fall nicht. Warum? Ich kann nicht. Bye. Also, Reiseküsse. Wir reisen relativ oft und viel und lang und unangenehm. Darum ist ja die Kohlereiseküsse, die du am Flughafen kaufen kannst. Gen-Gen ist natürlich genial gewesen und hat es Upgraded. Es hat ein neue K-Wutzen. Dann kannst du dein Gesicht drinnen ziehen. Dann könnt ihr alle egal sein im Flughafen. Und noch besser, damit sie noch viel egaler sind, hat das Ding eingebaut in die Bluetooth-Kopfhörer. Das ist so gut. Auf jeden Fall, ich brauche so eines. Ja, und ich habe etwas entdeckt, und zwar den Smart Mirror. Einen Spiegel mit einem Android-Tablet drin, der mir z.B. sagt, wie viel Fitness pro Tag ich machen muss. Sagen wir mal 55 Minuten. Focus on whatever muscle. Oh, no internet connection. Aber ist das nicht totally amazing? Schaut euch das mal an. What? So cool. Dominik, ich will eins. Kannst du eins bauen? Ja gut, mach ich halt. Nachdem wir fertig waren in der Kinahalle, wo es ganz viele Küchengeräte hatte, sind wir jetzt noch wieder an der normalen Liva. Und ich habe etwas entdeckt. Eventuell füllen wir bald alle so unsere Haare. Das Teil hier ist eine trochene Haube. Das ist ein Teil, das es beim Coiffeur gibt. Du kannst es aber auch als normaler Föhn brauchen, mit diesem Aufsatz. Oder eine Haarbürste draus machen. Hallo! Wir sind hier am Rio Stand. Und Rio hat eine 60-Second-Facelift. Und es vibriert mein Doppelkinn. Oh, es zucht mein Bein. Oh! Ähm... Ha! It's weird! Oh! Wow! Okay! Yeah, yeah, I know! I wanted to see how far I can go. Das Zeug funktioniert mit IMS. Das kann man auch von Compex. Und es spannt ein wenig. Ich spüre es bis in meinen Zähnen. Das ist recht speziell. Nie mehr Doppelkinni. Ein Jim von der Jim. Weisst du, hast du schon immer mal für dein Fernseher gewünscht? Eine Tastatur. Oder für dein PC eine Fernbedienung auf dem Fernseher. Da gibt es jetzt neu beides zusammen. Es ist wirklich überdurchschnittlich trashig. Hier hast du eine normale Membrantastatur mit wahnsinnig professionell aussehen, doppelt beschriebenen Knöpfen. Dann hast du oben so Clicky-Buttons und natürlich keine Fernbedienung. Die ist komplett ohne merkwürdige LCD-Anzeige frisch aus den 70er Jahren importiert. Wunderbar. Man kann die Maus klicken. Ich wollte schon immer auf meinem Fernseher Maus klicken. Das ist nützlich. Mäuse und PC vertragen sich allgemein recht gut. Und hier unten haben wir noch einen dritten verschiedenen Druckpunkt. Das sind so Gummiknöpfe halt. So ein Netflix-Knopf. Du hast die Tastatur, Fernseher und so Fernseher 2.0. Alles in einem wunderschönen 70er-Jahr-Looking-Gerät. Neu an der IFA 2017. Yes! So gut!